Gibt es noch immer Grenzen beziehungsweise Barrieren für behinderte Menschen in ihrem alltäglichen Leben? Um dies herauszufinden, haben wir einen Selbstversuch im Rollstuhl gewagt. Einen ganzen Tag lang haben wir unsere Kollegin im Rollstuhl begleitet. Während diesen Tag konnten wir viele positive, aber auch einige negative Erfahrungen sammeln. Das Einsteigen in einen O-Bus ist ohne fremde Hilfe unmöglich. Ja, also ich denke, dass es noch immer genügend Barrieren gibt, vor allem bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, also bei den O-Bussen. Sie fahren unregelmäßig und es ist nicht alles so, dass man wirklich mit Rollstuhl einsteigen kann. Dann sind auch viele Geschäfte nach wie vor, wo man also Schwellen beim Hineingehen hat, wo es wirklich schwer ist, die zu erreichen. Und da sehe ich also große Probleme. Bei uns finde ich, also in Salzburg jetzt speziell, finde ich, es geht. Also es gibt zwar offiziell in den meisten Gebäuden diese Liefde und so weiter, aber mir kommt halt irgendwie vor, das ist nur, damit man halt die Regeln eingehalten hat. Also nicht wirklich, dass man jetzt auf die behinderten Leute wirklich eingeht. Und auch wenn man jetzt im Bus oder so einsteigt, denn die Leute versuchen jetzt auch nicht wirklich aktiv irgendwie den Rollstuhlfahrern zu helfen. Es ist halt immer so, dass sie dann irgendwann so, Entschuldigung, darf ich mal, ich muss kurz zu dem Rollstuhl platzen. Und ja, das finde ich halt ziemlich schade. Dass dies oft mal der Realität entspricht, beweist uns die viel zu steile, behindertengerechte Auffahrt. Ich glaube, dass es genügend Beeinträchtigungen für behinderte Menschen gibt. Also wenn ich es oft auf dem Platz sehe, die jetzt normal mit dem Rollstuhl fahren, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt das schaue, da die Gasse rauf, das ist ja sehr unattraktiv, natürlich mit den vielen Wellen, mit den Hugeln, die teilen sich oft immer hart, wenn sie keine Hilfsmittel auf dem Rollstuhl haben. Beziehungsweise brauchen wir bloß die Toilettenanlagen unten anschauen, die haben überhaupt keine Möglichkeit, Behinderte da reinzukommen. Ich habe schon öfters gesehen, dass sie nicht reinkommen. Die müssen es rausnehmen aus dem Rollstuhl und so weiter. Also es ist meines Erachtens noch kein Zustand, der befriedigend ist. Also überhaupt nicht. Also es müsste noch viel mehr für Behinderte gemacht werden. Ich glaube, dass weder Europa noch Österreich noch Deutschland irgendwie auf dem Weg ist. Ich glaube, dass immer nur im letzten Moment das gemacht wird, was irgendwie erpresst oder erstritten wird über Gerichte. Das glaube ich. Also ich glaube überhaupt nicht, dass es irgendwo irgendwelche Stellen gibt, die Freiwilligungen im Voraus und einfach der Situation entsprechend handeln. Das glaube ich absolut so. Also vom Eindruck her. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich Österreich in die richtige Richtung bewegt, allerdings viel zu langsam.